hi in diesem video beantworte ich euch alle wichtigen fragen zu cyberpunk 2077 phantom liberty und gebe euch auch alle wichtigen infos zum dlc entweder für spieler die noch nicht ganz sicher sind ob sich der kauf für sie lohnt oder für cyberpunk fans die sich die erweiterung auf jeden fall holen aber wissen wollen wie man am besten einsteigt zum start noch mal ganz kurz der vergleich mit dem kostenlosen update 2.0 fast alle gameplay änderungen wie die neuerung an skill trees perks cyberware polizeisystem combat ki fahrzeugkampf und loot sind im patch 2.0 mit dabei und auch das neue interface sowie die grafischen verbesserungen sind dort enthalten phantom liberty bringt ein neues gebiet mit eigener story quests npcs und boss files in dogtown gibt es dann auch neue nebenmissionen und exklusive aktivitäten und zudem sind auch der neue relic skill tree die neuen items und das level cap von 60 auf den dlc beschränkt wenn ihr detailliertere infos zu den einzelnen punkten wollt schaut einfach meine reviews zu 2.0 und phantom liberty an dort erkläre ich das genauer dazu einfach oben rechts hier in die anmerkungen klicken oder in der video beschreibung ist auch der link also für wen lohnt sich jetzt phantom liberty und für wen nicht während cyberpunk vor allem die hauptgeschichte die charaktere wie judy jackie und hakemura oder die welt und die quests mochte wird auch in der erweiterung voll auf seine kosten kommen phantom liberty nimmt einfach alle stärken des hauptspiels und setzt praktisch überall noch einen drauf wollte hingegen lediglich die neue grafik bestaunen oder dort am liebsten in der open world unterwegs und wo dort mit dem polizeisystem etwas chaos anrichten dann reicht auch erstmal für jetzt das kostenlose update 2.0 obwohl man sagen muss dass der relic tree das gameplay doch noch mal deutlich spaßiger und abwechslungsreicher macht und wenn ihr auf den neuen fahrzeugkampf steht fehlt euch vielleicht auch der exklusive raketenwerfer aus dem addon konntet ihr hingegen schon mit dem basisspiel nichts anfangen dann muss ich euch ehrlich sagen wird euch auch phantom liberty nicht umstimmen die geschichte und die welt sind besser als je aber im kern ist es trotzdem das gleiche spiel und wenn euch das nicht gefällt dann wird sich das auch jetzt nicht ändern die neue grafik sieht nicht nur sensationell aus zum größten teil hat dabei sogar die performance zugelegt dank dlss 3.5 mit super sampling frame generation und ray reconstruction am unteren ende sind die systemanforderungen zwar etwas angestiegen insgesamt läuft es aber jetzt praktisch auf allen systemen flüssiger und schöner als je zuvor und das gilt auch für die konsolen wo das spiel ebenfalls stark von dem update profitiert schlechte nachrichten gibt es lediglich für spieler auf der playstation 4 und auf der xbox one denn hier gibt es wieder das update 2.0 noch phantom liberty auf bugs bin ich phantom liberty kaum gestoßen es gab manchmal kleinere probleme war nichts wirklich störendes hauptsächlich mal probleme bei der grafik oder bei den animationen und auch in anderen reviews habe ich nichts größeres gehört selbst auf den konsolen nach dem miesen start vor drei jahren kann ich euch also hier wirklich beruhigen die main story in phantom liberty umfasst ungefähr 20 stunden spielzeit mit den nebenmissionen aktivitäten und der open world könnt ihr dann noch mal circa die gleiche zeit verbringen je nachdem wie gründlich ihr seid für eine erweiterung insgesamt ein sehr ordentlicher umfang die story ist ganz klar das highlight in phantom liberty und zusammen mit dem hervorragenden cast rund um idris elber einfach genial muss man schon sagen super spannend schwere entscheidungen und wie eben schon erwähnt auch echt nicht zu kurz die geschichte benötigt dabei keinerlei vorwissen und funktioniert auch komplett für sich alleine und am ende schaltet ihr sogar eventuell einen neuen epilog frei aber dazu gleich noch mehr die meisten gameplay änderungen kommen wie gesagt schon mit dem update 2.0 ein paar exklusive neuerungen gibt es in phantom liberty allerdings auch am wichtigsten ist hier der relics skill tree der krempelt unseren charakter nicht so grundlegend um wie die neuen perks allerdings gibt es für jeden spielstil ein oder zwei verbesserungen die das gameplay doch deutlich spaßiger und abwechslungsreicher machen und auch in dogtown als gebiet merkt man deutlich dass die level designer jetzt ganz genau wissen wie sie das beste aus cyberpunk heraus kitzeln können das gameplay an sich also einfach das rumlaufen das schießen das questen und alles was man ebenso in der welt macht macht noch einmal ein ticken mehr spaß als ohnehin schon die nebenmissionen und aktivitäten sind dabei ebenfalls gut gelungen insgesamt gibt es also auch abseits der story gute gründe für phantom liberty zuletzt noch die frage nach dem richtigen einstieg in den dlc prinzipiell gibt es drei verschiedene arten phantom liberty zu spielen alle mit jeweils eigenen vor- und nachteilen und für verschiedene spieler typen wenn ihr cyberpunk 2077 schon in und auswendig kennt dann könnt ihr bei der charaktererstellung auf wunsch direkt zum start von phantom liberty springen dabei verpasst ihr nicht viel denn an den missionen im hauptspiel hat sich praktisch nichts verändert die geschichte im addon ist auch komplett eigenständig und am ende gibt es unter umständen sogar einen komplett neuen point of no return mit zugehörigen epilogue der funktioniert dann als eigenständiger abschluss der geschichte ohne dass ihr noch mal ins normale spiel zurückkehren müsst insgesamt die perfekte option für alle die nur die neue story erleben wollen veteran haben zusätzlich die möglichkeit einen bestehenden spielstand zu verwenden dann könnt ihr mit eurem lieblingscharakter nach dogtown gehen statt einen neuen anzulegen wenn ihr sehr erfahren und auch gut ausgerüstet seid solltet ihr dann aber vielleicht den schwierigkeitsgrad um eine stufe nach oben stellen damit sich das neue gebiet auch wirklich so bedrohlich anfühlt wie von den designern gewollt neulinge und spieler mit langer pause hingegen sollten am besten einen ganz neuen start von anfang an machen damit erlebt ihr eine durchgehende geschichte und das ganze spiel wirkt wie aus einem guss dabei würde ich euch sogar empfehlen nicht unbedingt direkt nach dogtown aufzubrechen wenn ihr im zweiten akt nach der quest transmission zum ersten mal von songbird kontaktiert werdet es kann sich durchaus lohnen erst noch ein bisschen weiter in der alten welt zu questen oder die romanzen zu verfolgen denn in phantom liberty wird ja teilweise darauf eingegangen und wie gesagt kann es ja abhängig von euren entscheidungen auch komplett in dogtown zu ende gehen aber am besten macht ihr euch einfach gar nicht so viele gedanken darüber und folgt einfach dem natürlichen verlauf eurer eigenen story das fühlt sich dann auch am besten an und damit habe ich euch alles wirklich wichtige über phantom liberty gesagt dann brauchen wir das video auch mal nicht künstlich über die 8 minuten werbelänge bei youtube ziehen und ob ihr liken oder abonnieren wollt wisst ihr auch selber wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten video bis dann ciao